... ... ... ... Die Stadt ist in der Nähe der Stadt. Ja, ja, ja. Aber weshalb bringe ich jemanden an? Ja, ja, ja. Das habe ich Ihnen vorgestellt. Wir müssen nur die ganze Zeit finden. Ja, das wäre eigentlich die ganze Zeit. Ja, genau. Die Stadt ist in der Stadt, die wir in der Stadt haben. Es geht um die Bauten, die wir dort haben, hier ist der Unterricht. Das heißt, es ist ein Schmerz, das wir in der Region sind und das ist auch ein Schmerz, das wir in der Region. Das ist auch nicht so, weil da tut sich immer mal was, wenn es ein Schmerz ist, sondern wir haben die Begleitung. Also, wir haben ja hier den Bauten, das ist gut, aber dann ist es ja immer nur so ein Sturm und das ist jetzt auch das Blut her, Auch in Miedebach. Ausstuhl in Fahrtrichtung rechts. 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 Swazdls in Fahrtrichtung rechts. In Fahrtrichtung rechts. Ausstuhl in Fahrtrichtung rechts. Ja, ich bin jetzt auf 8 Minuten. Na ja. Weil... Ja, das muss halt ein wenig geben. Ich hab schon gesagt, ja, also, ich bin nicht schon auf die Seite, dass ich halt ein bisschen mehr aus dem Vorlauf bin. Ja, jetzt noch was, aber auch ein bisschen. Ich hab natürlich nicht nur die Hausten dabei, wenn ich mich hier einfach wieder hergehe, sondern auch, weil wir dann auch noch Und noch da, die Spiegel, was ist auch zwei, ja, 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 ja. Das macht es nicht richtig. Ich habe einen, der das mit Lämmen ist. Ich glaube, das ist der Fall auf dem ersten Abend. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein bisschen für ihn. Ja. Ich glaube, es ist sehr gut, ne? Ja, ich glaube, es ist sehr gut. Wenn ich glaube, dass ich mich nicht nur denken, oh, ich habe schon mal geimpft. Ich habe nur geimpft. Ich bin echt egal. Ich bin echt egal. Ja, ja, ja. Ich möchte noch mal gucken, ich geb auch ein bisschen zuerst mal. Ja, ja. Jaja, ja. Ich bin echt gut. Ja, ich bin echt gut. Ja, ich bin echt gut. Ich bin echt gut, ja, ich bin auch gar nicht vergessen. Ich bin echt nicht Trying, Ja, ich bin sehr wichtig. Ja. Ja, ich bin auch schon mal gefühlt, ich bin auch ganz gut. Ja? Ja? Nächster Hall Wiesbaden Hauptbahn Dieser Zugverein ist hier Die hessische Landbahn bittet Sie alle Aufsicht ein Wir würden uns freuen, wenn wir so weit wieder in unseren Zügen begrüßen dürfen Auf Wiedersehen Ausflug in Hartrichtung links Ja? 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 Ja, das stimmt Die Schiene ist sehr gut. Das war ja nur die Wälder. Das war ja die Wälder. Das war ja auch 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 die Wälder.